Ich frage mich halt auch, ob unser klassisches Mitarbeitergespräch, von dem wir eigentlich schon länger nicht mehr gesprochen haben, was ja für uns immer heißt, nicht einmal im Jahr darauf warten, bis dann endlich wieder Herbst ist und dann lassen Sie halt mal kurz darüber sprechen, sondern ein sehr regelmäßig stattfindender Prozess, am besten vom Mitarbeiter getrieben, aber sicher am Anfang erklärt und eingeführt von der Führungskraft. Ob das nicht halt auch helfen könnte, sehr regelmäßig darauf hinzuweisen, was die eigene Erwartungshaltung ist, damit diese halt eben ausgesprochen sind und nicht diese klassischen, naja, ich hätte gedacht und gehofft und bin jetzt ganz traurig, dass das alles nicht passiert ist. Also ich glaube, auch da wird es helfen, einen, du sagst immer relativ, also einen Prozess, der nicht sehr formal ist, aber auf eine gewisse Art und Weise durch die Terminsetzung halt natürlich schon einer gewissen Formalisierung unterliegt, sodass es halt nicht ein Türgespräch ist oder halt gerade irgendwie sich ergeben hat. Ich glaube, das wäre auf der Ecke auch wichtig, um da ein bisschen diese Beziehung aufzubauen. Also für mein Gefühl fehlt es da ein bisschen an der ganzen Geschichte, an der Beziehung zwischen den, in dem Fall eben den Eigentümern geradezu, weil es ein kleines Unternehmen ist und den Mitarbeitern, die sozusagen nicht das tun, was man sich halt einfach so erwarten würde, einfach mal gerade dahingesprochen. Vielen Dank.